hallo und herzlich willkommen bei unbox vision mein name ist murat ja ich habe hier wieder was für euch und zwar geht es diesmal um die jbl besser gesagt die tune 500 bt und ich muss ehrlich sagen ich freue mich richtig drauf und wie ich dazu gekommen bin und zwar finde ich hier oben links den mark vom kanal m1m tech channel der macht richtig geile videos und richtig tolle aufnahmen macht er und er hat auch dazu einen test gemacht ein review gemacht und das hat mich ein bisschen dazu geleitet es zu kaufen und für 50 euro macht man hier echt nichts falsches man kriegt richtig tolle kopfhörer und ihr seht schon ich habe noch nicht getestet und ich bin jetzt schon begeistert weil halt eben der preis hat hier stimmt und zwar bin ich schon lange auf der suche nach guten kopfhörern ich habe momentan selbst die beats momentan und er hat meine frau damals von apple mitbekommen als sie sich ein macbook gekauft hat und ich muss sagen vom tragen komfort her ist es halt nicht so schön es drückt halt ein wenig und der sound ist jetzt halt auch nicht überragend und hier bin ich auf jeden fall gespannt und jetzt schauen wir uns einfach mal an was in der verpackung alles ist und wie mein persönlicher eindruck ist das erfahrt ihr nach dem intro also bis gleich so da sind wir auch schon wieder ihr seht schon mal die verpackung ist wirklich schön gehalten wir haben hier oben links noch mal ein jbl logo bei hamann hier unten haben wir noch mal bluetooth dann haben wir hier oben noch mal rechts die kennzeichnung tune 500 bt 16 stunden dazu komme ich auch noch mal gleich und auf der linken seite haben wir hier noch mal kopfhörer abgebildet so und auf der rückseite seht ihr noch mal ein riesengroßes ausrufezeichen hier sieht man noch mal quasi ja die kopfhörer und ja hier links sind noch ein paar funktionen dazu komme ich gleich noch mal ich würde sagen wir packen das erst mal aus ja hier haben wir noch mal paar garantiebedingungen nichts weltbewegendes dann haben wir hier noch ein ladekabel beziehungsweise usb typ a auf usb auf micro usb schade dass sie kein usb c ist ich finde auch das ist halt ein wenig zu kurz ist ich kann das doch gerade mal aufmachen ja es ist definitiv kurz gehalten gut kann man noch verkraften auf jeden fall schöne farbe und jetzt kommen wir zum kopfhörer ja mehr ist halt leider nicht dabei und kommen wir zu den kopfhörern und die kann man hier so auseinander nehmen und es fühlt sich meiner meinung nach also für diese preisklasse für 50 euro für sich das extrem gut an und ja das fühlt sich echt gut an würde ich sagen wir haben hier noch mal ein jbl logo und hier auf der unterseite habt ihr den power button und laut und leise tasten habt ihr auch noch mal diese haben guten druckpunkt und auf der anderen seite habt ihr natürlich nichts und ich sehe auch schon hier oben ist auch gut gepolstert und ihr könnt es quasi so zusammenpacken ist nett gehalten wenn ihr mal keine ahnung unterwegs seid habt ihr sofort verstaunt verdammt ich bin echt gerade überfragt und ihr könnt quasi aha ok cool ja so sehen sie auf jeden fall aus und mir gefallen sie auch ziemlich gut muss ich sagen und also für 50 euro macht man echt nichts falsches hier man kann damit auf jeden fall auch telefonieren ja das ist schon mal sehr sehr gut das heißt man muss nicht extra ein kabel anschließen und direkt mit dem smartphone verbinden nein man kann direkt über bluetooth quasi telefonieren das finde ich zum beispiel sehr stark das gibt es bei meinem studio 3 glaube ich habe ich die momentan das geht nicht da muss ich mein kabel anschließen ihr könnt damit auch siri und google assistant damit steuern und das finde ich auch ziemlich cool 16 stunden akkulaufzeit das heißt wenn ihr es einmal vollgeladen habt die ladezeit dauert um circa zwei stunden und ihr habt insgesamt 16 stunden zeit musik zu hören und wenn ihr jetzt nur fünf minuten aufladen sollte dann könnt ihr sogar eine stunde musik hören bis zu eine stunde musik hören und das ist schon mal ja was sehr ordentlich ist und ich muss sagen also sieht verdammt gut aus und es ist auch leicht ist es auch nicht schwer das ist sehr sehr wichtig und man soll halt auch einen richtig guten was haben also es erzeugt auch einen richtig guten was und so damit ihr auch angenehm musik hören könnt und was auf jeden fall noch cool ist multipoint connection das heißt ihr könnt quasi zwei geräte verbinden damit und jedes mal wenn ihr auf einem anderen video schaut und auf dem anderen kommt ein telefonat könnt ihr sofort um switchen ja und könnt damit sofort loslegen und das finde ich richtig gut und also für 50 euro macht man echt nichts falsch und ich habe jetzt ja mit bisschen prozent habe ich es jetzt ungefähr um die 40 euro bekommen und da macht man echt nichts falsch ist es gibt ja noch den vorgänger den 450 der kostet die aktuell so um die 40 euro und aber wenn ihr den 500 bekommt warum nicht aber jetzt natürlich weiß ich jetzt nicht ob das große unterschiede gibt zwischen dem 450 und dem 500 aber auf jeden fall sind sie nett und man macht auf jeden fall nichts falsches und ich bin froh wenn die auf jeden fall 1 bis 2 jahre halten wenn nicht sogar länger kommt darauf an wie man die halt nutzt und ja ich bin echt überzeugt davon ich kann schon viel dazu sagen was preis leistung ist ist es auf jeden fall top und das war es auch schon von mir wenn euch dieses video gefallen hat dann ein like button falls nicht dann ein dislike über ein abo würde ich mich sehr freuen macht's gut bis zum nächsten mal ciao